Hallo. Guten Tag liebe Fans von Borussia Mönchengladbach. In der heutigen Ausgabe der Presseschau zum Thema Borussia Mönchengladbach Bei gladbachfan.de gibt es folgende Themen Borussia Mönchengladbach Klarheit bei Stranzl, aber 9 offene Fragen rponline.de Harvard Nordweit Nordweit kann sich immer noch nicht entscheiden rponline.de Martin Stranzl? Stranzl hört im Sommer auf und will noch einmal spielen rponline.de Emotionaler Abschied, Stranzl macht im Sommer Schluss rponline.de Kaderplanung 2016-2017 Stranzl weint bittere Tränen, kommt jetzt Knoche? Express.de Diese Informationen und Verweise sowie heiße Transfergerüchte gibt es auf gladbachfan.de Besucht bitte gladbachfan.de